Leistungsschau und verkaufsoffener Sonntag sind das Schaufenster unserer Stadt. Stadt Wendlingen am Neckar bzw. der Handels- und Gewerbeverein und unser Stadtmarketingverein Wendlingen am Neckar aktiv veranstalten diese Leistungsschau und den verkaufsoffenen Sonntag, um aufzeigen zu können, welche Innovationskraft in dieser Stadt steckt. Beispielsweise können Sie in unseren Einzelhandelsgeschäften alles abdecken, was Sie für Ihren täglichen Bedarf brauchen. Sie brauchen weder im Internet noch in einer großen Stadt einzukaufen. Sie können es hier tun. Ebenso bieten unsere Handwerker und die örtlichen Dienstleister alles an. Das heißt, unsere Kraft in Wendlingen am Neckar ist ausreichend, um alles abdecken zu können, was die Menschen in unserer Stadt aber weit darüber hinaus brauchen. Die Vorzüge als Wirtschaftsstandort sind in erster Linie die hervorragende Lage hier in der Region Stuttgart, die verkehrsgünstig gute Anbindung und ihre hohe Zahl von qualifizierten guten Arbeitskräften. Musik Ich bin besonders stolz auf die Menschen in unserer Stadt, die in allen unterschiedlichen Dingen, egal ob sie berufstätig sind oder ob sie sich ehrenamtlich engagieren, was man ja heute auch sieht an diesen vielen Menschen, die da sind, diese Stadt gestalten, sie nach vorne entwickeln und sie täglich weiterbringen. Das macht stolz. Musik 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 Musik